fit und gesund das wöchentliche gesundheitsmagazin auf dw in unserem studio gespräch erfahren sie mehr über gesundheit fitness wellness und ernährung jede woche neu das expertengespräch aus fit und gesund der sportmediziner dr fernando de meo aus berlin ist heute bei mir zu gast herzlich willkommen bei uns im studio und sie selber laufen auch marathon und haben mir vor der sendung gesagt sie sind ein marathon in zwei stunden 19 minuten gelaufen das sind fast 19 stundenkilometer das ist meine bestzeit das ist richtig wahnsinn als hobbyläufer träum ich davon jetzt haben wir ja eine junge frau gesehen die sich auf ihren ersten marathon vorbereitet hat die denn im training alles richtig gemacht das wird man erst sonntagnachmittag sagen können nach dem rennen denn ein marathon sind 42 kilometer die meisten menschen legen eine solche strecke mit dem auto ungern zurück weil es so weit weg ist und sie zu fuß und es kann vieles passieren es kann sein dass es wird ein sehr warmer tag zum beispiel und sich hat das nicht vorbereitet oder sie trinkt zu viel oder zu wenig unterwegs sie läuft zu schnell los oder zu langsam es kann tatsächlich sehr viel passieren so dass erst nach dem drinnen können ja feststellen hat man alles richtig gemacht und für das nächste mal was daraus lernen wer sollte sich denn so einer herausforderung marathon stellen und wer nicht wer nicht ist einfach menschen die nicht gesund sind die beschwerden haben beim sport die vorher probleme mit dem herzen und mit dem kreislauf hatten und vor allem die nicht ausreichend trainiert sind das wird nie häufig genug betont diese menschen sollten das mit dem marathon eher aufschieben die voraussetzungen um einen marathon teilzunehmen sind mindestens ein jahr eher zwei jahre trainiert zu haben regelmäßig und zwar etwa 30 bis 40 kilometer die woche in den letzten zwölf wochen vor dem marathon muss man imstande sein 40 kilometer pro woche in drei setzungen zu absolvieren also etwa 10 15 kilometer am stück zu laufen und dazu einmal 30 kilometer ohne probleme zurückzulegen das ist ein ganz schönes trainings pensum das problem ist ja wenn man nicht genügend trainiert dass man vielleicht gar nicht ankommt ein problem kann aber auch sein dass man gesundheitliche schäden davon trägt uns hat eine facebook zuschauer frage reicht von michael lief er fragt nämlich wie kann man bei einem marathon eigentlich verhindern dass menschen zusammenbrechen und einfach kollabieren das kann man nicht verhindern denn das kann überall passieren es kann im kino passieren es kann bei einem ausflug passieren und maraton ist tatsächlich eine körperliche übertreibung eine herausforderung man kann das risiko verringern indem das nur menschen für die teilnahme zuletzt die gesund sind die ausreichend trainiert haben und die keine beschwerden haben all anderes wenn man sich unsicher ist wenn man nicht weiß ob man genug trainiert ist geht man ein gewisses risiko ein und welche untersuchung sollte jetzt ein läufer vom arzt durchführen lassen bevor er ein marathon läuft die allererste untersuchung hat ja mit dem gesunden menschenverstand zu tun bin ich imstande das marathon training zu absolvieren bin ich imstande 42 kilometer zu fuß zurückzulegen wenn nein sollte ich entsprechend anfangen entweder mich darauf vorzubereiten oder was ganz anders machen wenn ich sage ja das kann ich tun das möchte ich tun dann steht für männer ab 45 für frauen ab 50 eine untersuchung an um herz und kreislauf erkrankungen auszuschließen andere menschen die ein erhöhtes risiko haben menschen die zum beispiel geraucht haben die probleme mit dem blutzucker mit dem blutdruck mit den gelenken haben sollten auf jeden fall vom alter abgesehen zum arzt gehen um sich die teilnahme genehmigen zu lassen aber wie fängt man denn jetzt eigentlich mit dem laufen an mit dem ersten schritt es ist eine ganz natürliche bewegungsart und jeder sollte eigentlich mit dem laufen bei unterschiedlichen intensitäten sicherlich aber jeder sollte mit dem laufen anfangen können und was sind so typische fehler die ein anfänger macht zu ehrgeizig dem ganzen dran zu gehen zu versuchen viel zu schnell fortschritte zu erzielen alles kostet zeit es kostet anstrengung qualität kommt nur vom qual also man muss schon die zeit nehmen und wenn man denkt vor 25 jahren in der schule konnte ich zehn kilometer am stück laufen und heute 25 jahre ohne sport vielleicht geraucht übergewicht ich lege gleich dort los wo ich aufgehört habe es wird nicht funktionieren also zu viel ehrgeiz viel zu schnell fortschritte sehen wollen und falsche ziele sich zu setzen und gibt es den menschen den sie generell davon abraten würden zum zu laufen also ich denke beispielsweise an patienten mit einer herzmuskelschwäche das möchte auch david warner aus tansania gerne wissen nicht unbedingt körperliche aktivität gehört dazu es ist einfach eine ganz normale körperliche funktion manche menschen können nicht laufen weil sie zum beispiel beschwerden an den knien haben oder weil sie ein übergewicht haben aber sie können auch mit anderen sportarten anfangen zum beispiel können sie schnell gehen also walken deswegen vom sport ab zu ratten definitiv nicht vom laufen vielleicht in manchen fällen schon und sind schmerzen denn auch ein grund mit dem laufen aufzuhören ja schmerz bedeutet immer irgendetwas stimmt nicht der körper ist überfordert irgendwelche struktur geht gerade zugrunde oder kaputt deswegen bei schmerzen aufhören sich überlegen was passiert da genau und wenn die schmerzen weiter bestehen zum arzt gehen das heißt also sie würden auch sagen wenn man dann nicht mehr joggen kann weil es weh tut aber laufen funktioniert ist das auch eine gute methode sich damit zu trainieren möglicherweise was auf jeden fall eine gute methode ist zum beispiel radfahren oder schwimmen also alternative sportarten bei denen man keine beschwerden hat was ist denn das minimum für ein wirksames lauftraining wie viel muss man laufen damit es was bringt die ganzen empfehlungen sind sowohl in amerika als auch in europa von den fachorganisationen etwa dreimal die woche mindestens 30 bis 40 minuten und das bedeutet ein pensum von etwa zwei stunden die woche ungefähr wer mehr leisten kann wer mehr schaffen kann vom körperbau her umso besser und da dann ist es ja besonders gut in so einem optimalen puls bereich zu trainieren deshalb ja auch diese puls uhren was ist denn jetzt ein optimaler trainings puls bereich ein optimalen trainings puls bedeutet dass der körper sich bei maximalen belastungen nicht anpasst wenn sie rauslaufen und sich total vorausgeben passt sich der körper nicht an der wird nicht besser sondern schlechter die optimale anpassung findet in einem bereich von etwa 80 prozent der maximalen belastbarkeit statt also 80 prozent des maximal pulses kann man denn einen ähnlichen effekt haben wie beim laufen wenn man auch in ein fitnessstudio geht und beispielsweise auf einem cross trainer trainiert das möchte nämlich unser facebook freund latvet ham aus neuseeland gerne wissen sogar bessere effekte denn auf dem cross trainer trainieren sie auch mit dem oberkörper sie für die zuschauer die das nicht kennen sie bewegen die beine sowie beim treppensteigen und auch die arme parallel dazu gegen einen widerstand also trainieren sie mit dem ganzen körper und das kann in der tat effektiver sein als nur laufen und es ist ja auch eine sanftere bewegung gerade auch was so dieses abpuffern auf den knien angeht was ist denn so der beste untergrund umzulaufen der beste boden ein naturboden zum beispiel im wald wenn das eben ist das ist der optimale hintergrund untergrund sand zum beispiel ist auch sehr gut wenn es sehr trocken ist also sehr weich ist wieder ungeeignet weil die gelenke dabei hin und her eiern also man kann sich verletzen asphalt ist besser wenn man nachts läuft weil man fester tritt man kann nicht weg rutschen im winter ist wieder rutschiger deswegen eine kombination ist immer die beste lösung wunderbar und einfach mit dem ersten schritt anfangen vielen dank dass sie heute bei uns waren dankeschön